eine scheiß achse wieder hallo meine schokohasen eishexen oder was benahmen eis text nicht nein es hat alle bananen wirklich habe ich sowas gesagt nein ich habe bananen gesagt also ja rocke macht biete ich mache hafen ich habe aber bei hallo hallo ich hatte aber nicht noch mal meine achse auf anstrengen 3 und nur anstrengen zu bekommen mache jetzt ich mache jetzt sagt er immer forschende fest von türen was die grg ist halt so sprich dies war sogar mit musik wenn man das anbieten darf ja jetzt könnt ihr aber er hat den baum nicht ganz abgebaut ich weiß auch nicht ich habe euch nicht mein lieber ich hoffe ich habe hier zwei nicht erik war es als zwei seinen neuen tik tok channel falls er schon wieder neun hat ja 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 macht ihn wieder aus was könnte jetzt mit holz machen zu sticks und dann den typen verschärbeln ja ja übel dumm die lassen sich das aber antreten das für ein scheiß was verscherbeln das ist über den leistungswort alter ich kann euch essen abziehen keiner hat was gegen den spot gesagt die alte 166 mit mir ist mir haben wir irgendwo haben da ist hier essen drin ja sechs rohe hühnchen darf ich die haben eigentümer der kiste ich glaube das ist armin was meins da habe ich zwei haben wir vorne am anfang zeige kaufzeichen ich hab dir fünf geklaut na perfekt ne ich hab dir nur ein halbes geklaut okay ich hab dir noch die hälfte des 1 essen den rest des 1 hier oben schnitt seiner ist ja wirklich mal erst geklaut nein 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 was für wir essen ja du träumst schon wieder du alter opa die er ich habe aber noch 29 heuball mir gebe ich aus ab der europäische verarschen bei wen kann ich denn ich steck stöckchen handeln bei mir du willst nicht in unser haus geweckt kommt du wolltest meint ist die cancel das alle sind behindert ja ja weil ja was wir machen dass wir tag werden die mussten schlafen warte mal hier schlafe ich doch nicht da schlafe ich schlafen gehen geht mal gut schlafen aber jeden schlafen ja ich schülle schon und zwar nicht in will irgendwer fehlt noch ich bin ja ich bin ja ich bin ja da raus und ich schreibe ich alle freunde der fleißer arbeitslose hat den schlaf verdient die armen und dann lief jetzt einfach was macht denn jetzt wird das ja so was ist denn jetzt passiert gemacht wegen die du produktiver fallen wenn wir so fixer ist voll idiot nein doch ja für deutsche stöcke aus der kiste pech gehabt hey das sind stöcke drin gibt mal ja ich meine ja auch hier ist noch was ich stehe hier ist noch da kommt links acht stöcke Papier genommen und die 20 Dias weil ich denke ich denke hier sind die Kerstin ich bin die ersten der Kiste ich war mir aber nicht sicher ob ich sie da drin lassen kann auf gar keinen Fall ich habe meine mitte da habe ich eigentlich fast traurig aber weil alle so müssen können wir schlafen gehen warum weil ich hier abgebildet hat um sein nein nein die machen drei mal am tag neu nach neu neu er hat immer so ein klopfen so aus der zittert bei mir so lange also die gar meiner hand zitteln er hat hier einen augwurzpenis gebaut ich kann da nur heißt es gewesen sein ja vor allem weil ich gerade geschädigt habe wir sehen es ja auf der aufnahme später ist jetzt schönes aus mal du hast ja wirklich abgeküttet wenn die an der grenze zum nächsten level sind dann nicht weiter trainen dann warten ja sonst haben wir danach den doppelten preis also gehen doch mal auf den stack welche vollidioten machen das tut was mit der perfekte in seiner 50 ich sehe es doch wer war es sollte man neue flinden damit wir mehr machen können wir bräuchten einfach nur brot ich hab noch 17 aber ich habe 23 dann gibt den alles schockt das einfach in die teilen sich das glaube ich deswegen brauchen wir trotzdem die workstation zu machen denn jetzt eine dreckt kinder wer baut die überall schwänze es kann denn eine rechte auf macht ihr dagegen hier mit einem neuen spannende kunst auf das youtube aussieht und nicht auch für eine reihe bei einer der kinder einleitern einung gut ich suche es und bei antrag schmeckt das machen ja ich finde den spot hier trotzdem übel rammt sich an dem wir sind nicht mit dem übel ist festlich ich verstehe gar nicht wie ich hier angelassen wahrscheinlich wegen dem dorf und weil hier irgendwo ein outpost und dann ist hier noch keine und auch so irgendein komisches haus baut kassel am liebsten ich mache noch eine zweite etage so der ohne leiter natürlich ja hier ist ein kleiner tümpel ohne flint was soll denn der cut eigentlich wollte ich nur jetzt so ein dach drauf klatschen ich will einfach nur ein paar lager mäßig haben die ich dann abfacke und so guck das wird mein hause ist wie hübsch findest du das die zettel und 10 von 10 würd ich sagen danke baby was Halle im Aude Hurensohn oh mann immer bleidigt mich der Schwule mehr Lockung das ist doch gar nicht da hey der Blastfennig geht gar nicht der geht nur für Essen ja mach ich doch dann ist es der nur für Erze gehen es gibt für Essen und für Erze ich glaube Armin ist nicht der intelligenteste warum die er looted mich einfach könnt ihr euch mal verpissen ich habe jetzt ein Sicherheitssysteme Armin Junge Armin wie ich hasse gib mir bitte kurz op also der Armin ich hab mir mein ganzes Eis aus dem Ding jetzt genommen ich habe Essen geklaut aus dem was aus dem Ofen habe ich dein Essen geklaut aus welchem Ofen Eisen aus meinem aus meinem Welsenofen in unserer Base meint er wird uns rein nicht wir ein und mein also sorry ja alle ich habe ein Steck Essen rein nein das ist noch 13 drinne ich hab ich hab habe ich euch einen Server Operator gegeben nein ja und jetzt baut er auch noch einen Riesenbaum hast du gehört schon was man in der Kiste genommen um es dann wieder da zu passieren der geht mindestens 2,6 das sehe ich tatsächlich hast du gehört schon was man in der Kiste genommen um es dann wieder auf dem Boden zu kommen nein ich hab die gedrofft bekommen und dann habe ich die weggeworfen wieder dann hat die Armin geklaut ich hab kein Redstone krass ja HH Test mal bis drei Viertel und dann geh ich noch im Bett was heißt drei Viertel? dumm einfach so dumm dumm im Kopf hängen geblieben ja ich will nicht soll ich dir jetzt noch ein bisschen Grundschuh wissen bleiben? oder auch Viertel vor natürlich so ihr komischen Leute obwohl ich diesmal sogar in Ordnung fand wie ich es gesagt habe weil sonst sagt ja sieben ohne Viertel oder sowas Viertel sieben meinst du? ja das verstehe ich nicht das verstehe ich nicht was ich jetzt viertel sieben viertel vor sieben oder viertel nach viertel sieben ja aber heißt es vor oder nach? hä? das ist also viertel sieben ist sechs uhr fünfzehn sechs uhr fünfzehn und dann nenni ja gerne behindert Viertel sieben ist sechs uhr fünfzehn hey ja und dann geht weiter halb sieben und sechs und dreißig drei Viertel sieben ja ist sechs uhr fünfzehn und vierzig und um sieben ist dann ja das ist logisch was es gibt nein doch eigentlich schon ok also lass es einfach mal so stehen ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben was ihr davon haltet bestimmt ich hab ne Auge die aus dem Dorf kommen dürfen nicht kommentieren werden gebannt oder angepinnt je nachdem kommentar der kommentar wird direkt gelicht und danach zweitend erst mal das Video überall wo Hashtag Dorf kommt Digga mit Dirk auf die Blacklist Hashtag Dorf jetzt wird jetzt hier ist Dorf mit Hashtag Dorf schreiben oder so äh der hat ein 50er Trade welcher Idiot nein ich war den Namen Dorf einfach wer hat hier ein Baum angefangen und nicht zu Ende gebaut ah ne warte mal hat jemand oben so wahrscheinlich er selber da war jetzt unten einfach alles abgebaut Digga und der Typ um ne 50 voll verarscht ja schreien wir mal vor das machen wir in real life die Mist Digga der Typ hat ein 50er Trade das digga mich absolut der wird gleich verbrannt 6 verarscht Leute wenn du das machst verschlage ich dich ich baue ein Gerichtsauss ich baue ein Gerichtsauss eine Kanzlei wenn du dich einmal wächst dann ich verstehe ich nicht das ja also nicht flinnt aber hier schenk ich dir was machst du jetzt Loser 10 davon 3 davon danke aha hier oben der Kiste liegen auch nochmal 3 was machst du hier ah haha 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 Alter du hast ja für eine Prachtvilla ja mach den mal weg der hat wirklich 28 Dias in die Kiste gelegt der ist ja geisteskrank wer naja Rocco der ist ja behindert nein ja der baut grad deinen Wufi an weg damit komm raus ey lass den ey lass Alcatraz haha ey mein Hund der hier hat sich wirklich ein Dias Schwert gemacht kann sich wieder fertig sehen ja doch ich glaub nicht ah ne ich hab auch ein Raid gespielt tatsächlich unknown incomplete ich musste gegen einen fetten Ochsen falten hä tp nicht t t t king mehle ich kannste jetzt endlich einen scheiß Lektern machen musst du einfach den Namen schreiben wo der ihm ist können wir nicht endlich mal so einen Manning Dude machen hab ich doch gesagt Lektern also im Bücher Prozess Rededings Nerd hä nein das ist genau das Redepult das meine ich woher laufen die schöne Nacht warum hat mich eigentlich jetzt Armin getötet also angeblich was geklaut hast richtig das ist doch doof der ist euch eigentlich weggeworfen bringt bringt das irgendwas hä jo ja ich kann irgendwie keine commands mehr benutzen nein muss mich dp'n ja ich hab dich enddop'd ich dachte alle haben kein dop äh keine op ja mal aber op dp mich mal da kannst du Kisten öffnen ja dp mich mal ja warte ich versuch dich zu treffen da hi na wie geht's ich muss mich äh unbedingt äh angreifen weil ich allen Katas befreien moll laufen gehen leh tötet nein ich baubre anbau was den hauen wir verkörtert ich gar zu mir tippt ne 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 der bedieter dann passt es für mehr flächen für mehr dumme leute die sticks wollen flint oder was existierst du noch spielst du noch richtig spaß und wieso habe ich dich noch nie gesehen hier auch bei euch wenn es das interessanter ja ich kann eigentlich sind sein unteres gesicht er liegt noch nicht ich bin ich komm schon Nelst mit die Eben Nelie schafft und ja ja ich schieße mich sechs Füßen und Lenny ich bin ich nicht so schlecht da wohl lebe ich Prozent in der Nacht hat das Bett abgebaut hat was er gibt mein drecks wieder bett er gibt es meinen rechts wieder bett her lila kauft ihr ohren oder katzen ich liebe katzen oder ohren katzen armin dega ist ein haus mit dazu gebaut zwei ein halb sechs auf die weiten die rücken keines markte mehr raus schutzgeld eingefordert werden ja wenn alle lieber kinder weil es ihr betont werdet von schutzgeld der ähnlichen sücherregal dings machen weil ich kein zuckerrohr habe ich baue diesen typen die ganze länge sagen armin geht in meine base ich schaue mir irgendwie das klauen ich hab's doch gesehen wenn du es was ich hab nichts eine reine der viertausend der wird abgeschoben der kann noch mal hierher laufen hast du hier gebaut um Eisex Hund da werden erst mal die hat aufgezogen Schutzgeld ey lass den da das ist ein gefängnis nein Schutzgeld für mann auch die noch nicht also auch durch die über deine zwei mal aus der abliegenden und so ist hey die nein das ist dafür dass du Alcatast töten wolltest jetzt habe ich einen neuen krass krass geschehen ist ja auf naja mach doch doch mach doch doch jünger bist du behindert das hat er verdient das schickt er mein hund einfach nochmal schlagen ja aber danach bist du gebannt gefühlt ja komm ich jetzt da noch eins rein mein mann hast du deshalb kaufe ich einen armin oh ja der weiß was man da gemacht ja eben nicht das ist so was die jahr sind kraft und man sehen wenn die anderen und Eisensteiger darauf auf die Idee zu kommen das ist eigentlich nur Eisen ist mit ein bisschen schönen Mahnhausen ich möchte mich Rau Boko die heute sollten viel sogar kennt von meiner Fahrt hier was nachgewachsen die Fähre ich schon ganz wie ein Pixel ich habe keine zeit am ins haus genervt der namen sind dabei eine allianz wir dürfen uns nicht bekriegen nur penisse vor allem nicht mehr leute sind so behindert wie armin der ist kurz von level ab was soll ich tun was macht ihr doch habe ich habe natürlich ich habe immer im Inventar es macht sich ein Teil der Baustür der Hand ab Prozent 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 für vier die Erzenein die Spitzen für die Bücher bis sie dumm okay dann ist er nicht heute schon bei dem mann kommende Obwohl er wurde ja ich mich so gehen wir wollen ich will hier die für viele nicht mehr wie es wird er ihr annehmen der Eier einer von euch beiden vier mit schnack schnuck schersteinpapier 4 oder die alte Faktion ich glaube ich glaube du bist in Terminiert ich sag's hier und und ein Redstone und ein Eisen ich sage ich mir noch 5 4 ok ich sage hier die erste Hälfte 4 und 5 Emmerals was dann über die jahre und zwei mal aus die was wir sind eine allianz bist du bist du ja sechs wahrscheinlich sechs hast du gehört mehlec digga zehn dias wenn ein mann hast du oder halt andersherum hier diese spielzeit vier 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 fünf emirates dann noch ein lab ist okay hier sind wir nicht sicher ich habe mich nicht doch scheiße man muss dann noch eingebaut die drecks lang ist dieser weg und wieder die kabel auch noch reingebaut digga rocco das ist wirklich und deswegen mag ich mir das ist er mich zu töten was weg gibt es will ich womit habe ich eine schütze ich mal eben aber er hat mir fällt dir was auf fällt euch was aus der angebot gegeben hat der dreck zwölf steht im weg das ist sehr viele kinder wer war mir eine folge die axt wer will in sowas eine folge drei axt mich zu wissen ja für die es war da hast du ihm für vier dias die fortune axt gekauft spitzhacke ich rät von einer axt ach so ich dachte ja für eine axte ich fast mit deutsch ja vier dias für eine fortune drei axt ich würde ich mal halten die ergeben dafür hat er wieder bis entscheidet zum dritten mal was ich habe jetzt ein leder ich baue der baum sonst von unten ab in unserer wertvollen küste ich habe vier leder ich habe hier haben der wertvollen kiste leute ich habe vier leder freut uns ja hier zwei bücher nicht mit ihr selber fahren gehen der armin ist maximal verwirrt von der scheiß leiter er hat schon wieder ideas gibt sie zurück ja stein page war einfach das auch irgendwo in fotos kommen kann okay dann glaube ich jetzt alles aus neuen kisten ist ja so schlimm ist das für mich nicht mit den sieben mann nach die gefahren einer von euch will diesen scheiß buch tut mir leidig aus kann ich hoffe das ist nur die kisten tut oder ganzen eisen und goldböcke die zurück mehr als gleicher für das in die neue kisten tut und das bekannt war ist der leise verbreitet du gesagt und nicht hier ich habe ihn schnell versteckt die eisenblöcke ich hab dir eisenblöcke und goldblöcke und rettungblöcke armin amin ist geschenk ja armin du wirst sowas von getötet ist jetzt euer problem armin hat sich das genau was in der kiste bevor ich aus als gibt es zeug ja und ich werde immer zu den haus abfragen wenn du versuchst du kannst keine angst haben mich zu sein haus auch an das war so das ist kein verlust habe ich noch nie gemacht weil ich jemals anbauen der scheiß lecken ist weggebart an der wässer ich dann versuche ich noch mal zu setzen in der inventarslaut wo du das eigentlich armin alter komplett los eine frage ist da irgendwas was sich wasser kaputt gehen würde es hat mich interessieren gehen leitern kaputt was wird denn passieren wenn ich so mache ja was habe ich ja gemacht was kaputt gegangen vom wasser weiß ich nicht ist noch nichts kaputt aber ich habe vorausschauung habe ich gesagt hallo nicht schlafen ihr wichser und jetzt mein hund greif an legt nicht nur ein bisschen von dem mann schlafen die wäsche wo die 20 stecken in der natur gehörn mir was kann ich ja vielleicht in die zure tut slag sparen oh hier sind ja goldbläcke und eisenbläcke was kann ich mir das nicht in die zure tut ja armin wollte ihn verstecken hat sie einfach in seine oberste truhe getan ich bin zu jung gelaufen habe ihn die ganze zeit beobachtet wie er versucht in die tür reinzuspringen nicht hier und werden die stein und ich war einfach wir wollten schön bauen also no joke ja aber doch nicht hier ja trotzdem nein digga wer will denn hier bauen hast du mal mit hier trotzdem noch rage spielen weil hier das dorf ist nee warte mal was du dir abends hat sie noch ja nee jetzt das läuft da wieder da ist das war ja ähnlich was hast du gesagt man hatte ich habe nichts gemacht du hast gerade aus provokation als ich abgebaut habe noch mehr platziert ich habe eigentlich alles nach armin gedroppt und er hatte ich sage da liegt eigentlich zurück aber er hat einfach in die über seine oberste kiste und noch mal habe ich eben die ganze zeit dabei zugesehen direkt direkt das nebenaus nehmen uns rechts wird nicht ab da holz zu provozierten noch mehr scheiße platziert alle welche menschen akaziendorf gewesen geblieben das wird so schön gewesen aber das hätten wir in die luft sprengen können für holz ihr blieben idiot halt wirklich ich habe es abgebaut ist wie dumm ich weiß ich weiß ich weiß ich jetzt töten werde ich weiß ich zeig mir mal wo ein lavasee ist aber noch ein gegner hin aber nur noch und nur noch ein in amina baut in dem baum eine treppe rein also kann ich gern versuchen ob seine reich wird so er dann recht bis oben reich einer schagel kann ich hätte auch gar nicht armen und kiffern eine frage wo kann ich eine frage wo kann ich mein ding im bett im bett im bett und aufs gesicht wenn er mein zucker er hat oder zehn seien erledigt jetzt sind neben dem dreck das kann auch haben klopf klopf mit prox bau ich nicht ich muss auch nicht mehr zu leben nachdem er dachte wo ich mich eigentlich nicht nein es war dafür dass den baum fälfte abgebaut hat hat ich mal jetzt weiter dann baue eine treppe rein wie dumm bist du eigentlich auf der einseite schlafen gehen deswegen habe ich auch kippt die pp dort geht halt nicht sein sie haben das ist das ist ein Lenni du darfst er immer zur Veröffentlichung zu können er hat immer wieder sieben Stück abgezogen gibt es mich her ich habe doch und ich sage wort das ist einfach dazu wo sie geraten fahre mit seinen Kindern sind Hallo. Hallo. Das war eine Untergrüßung. Ah, Protect High Protection 2. Das bin ich bestimmt. Übrigens, 30 Minuten. Das bedeutet, die Folge ist vorbei. Achso, zickt euch, ihr Hohenzone. Genau. Schönen Tag noch. Hallo, ihr Hohenzone.